Ciao, ciao! Das ist ein Teil von mir anscheinend. Ah, ja. Irgendwann knallen, ja? Ja. Knallfrosch, Knallfrosch! Ja, Knallfrosch! Knallfrosch, Knallfrosch! Ey, Riese! Nein, komm mal her! Warte, kann ich jetzt eigentlich mit dem Schwert super schnell schlagen? Ja, komm! Lalalala! Übertreib's hier noch mit deinen komischen Fäusten hier! Hm. Der hätte auch gedacht, ich mag Bratwurst. Ich mag Bratwurst. Ich mag Bratwurst. Ach, du mag Eichelkäse? Nein, ich mag Bratwurst! Eichelkäse? Ja, Bratwurst. Eichelkäse? Irgendwann Bratwurst. Eichelkäse? Erdbeckkäse. Oder Eichelkäse oder Eichelkäse? Die, das war drei. Manchmal beides. Und alles durcheinander. Ja, 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 ja. Hm. Oh, hä, warum sind hier Blazers? Warum sind Blazers in der Unterwelt? Scheidenklebung. Können das? Die haben das drauf. Weiß ich nicht, hier sind Blazers bei mir. Ist der auch einfach ein Dungeon? Nein, hier gibt's doch keine Dungeons. Haben wir Dungeons hier? Zeig auf hier. Ich boxt die gleich da. Ich sterb da höchstens. Wo? Oh, wo seid ihr gerade? Hölle. Okay, man merkt's. Ja. Bin ich in der Hölle? Ich bin in der Hölle. Speck ist in der Hölle. Oh. Speck Dreck. Speck Black. Centus Black. Haha. Dreck Spreck. Gamer. Centus Black Gamer. Hahaha. Hahaha. Hohohohoho. aitzzig. Hohohohohoho. Doch. Weil ich das gur« gesagt habe. Hohohohoho. Klar. Nein. Da hat alles witzig, weißt du, was ich mache. Huhu. So, ich will zu den Blaze-Watts. Wo sind die Ficker? Oh, jetzt kommt auch noch Gravel, Alter. Oh, noch mehr Gravel. Gravel ist doch voll geil. Nein. Doch. Aber dass man nicht diese Fick-It abbauen muss. Geronimo! Und? Silkspitz-Hacker, kipp ihm. Lalalala, nein, jetzt hab ich das... Komm schon. Ooooooh. 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 Ernsthaft. Teil von hinten, keine Hirnsöhne. Ist okay. Wo sind die denn jetzt hier? Blaze-Ficker. Ich hör die Spassis, ne? Aber die... Weeg dich. Scheiße, gleich noch ins Korsett. Was, du trägst ein Korsett? Ja. Oh, mein Penis. Damit der meine Form bleibt. Was ist hier 64er Stack? Ach, er hat ein Zaun hier mit. 64 Eisen wieder. 64 Stack Kohle. Läuft bei dir, Digga. Läuft bei mir, läuft bei mir. Läuft. Läuft. Alles, was läuft, ist meine Nase. Ja. In Johannes. Ja. Oh. Ne, der Kors. Warum ich sie... Ähm. Was ist das für ein komisches Dungeon hier? Was ist los mit den Faggots hier? Oh, jetzt habe ich keinen Eimer Wasser mit. Wie behindert bin ich eigentlich? Schlecht. Ich komme hier und schnell in den Wasser Eimer. Hier war doch irgendwo... Wasser. Wo war Wasser? Black, wo ist Wasser? Such, ja, such. Ja, sag wo ist Wasser. Ja, ich glaube, in der Hölle ist kein Wasser. Ja, such. Wo ist Wasser? Ich suche Wasser in der Hölle, okay? Okay. Black? Ja? Reichen fast vier Stack-Säune jetzt? Keine Ahnung, konnte aber wie groß die Mast. Jede Seite einfach einen Stack. Äh, da ist mein Durchgang gewesen. Tschüss. 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 Wird die Stunde aber nach chancen. Ja, und der musste raus, der Furz. Weil hier französer fезде in merits. Und ja auch noch so ein schwarzer Stein. Komm. Ar extravon. Ja, verbrennen einfach. Frag die Erde. nicht verbrennen einfach nur des waldes der ersten gar nicht gehört hatte ich ja schon gemacht ja ich habe das wollte es habe ich einfach mal platzinventar nein habe ich nicht einfach platz weg tschüss jeder stein tschüss am kohle fick dich ins loch und du weißt nicht ob du das auch nur unter sich macht oder auch die man das alles was in diesem feld drin ist alles okay so meine blaze jetzt habt ihr nur chance war jetzt kommt aber mit wasser uhr zeit ficker was ist das für ein dungeon hier sie das manchmal drei und manchmal auch 17 und fünf ich fick euch jetzt alle weil ich ihn gewaltig ins feurige arschloch fick ich euch jetzt ist das ein spawner da oben ist das ein spawner ich könnte dann im nether stoffe bei bloß bin ich bloß für mich jetzt richtig cool ähh nether quarts kann weg haha ihr könnt jetzt nether quarts weg einfach so ja das brauche ich gerade nicht genau wie gravell gravell kann weg gerade so hatte ich auch von geronimo alter die kommen sofort auf mich zu ihr seid so bastarde ich gehe drauf ich gehe drauf aber hallo für was hältst du mich ich gebe dir gleich spasti spasti sein sohn komm eins gegen eins nein alter boxt mich doch nicht der black spasti sein sohn wow 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 ich habe nur ein halbes herz ich habe nur noch ein halbes herz aber ich muss nur noch ein halbes herz sollst du einmal schlagen nein auf warum nicht ich weiß nicht was für du bist außer wo ich hier trotzdem selber was das ding ist herrlich für erde erde alles gut blick ja weg doch einfach mal schneller meine frisse taddeus hat gene aber nicht solche hat er aber nicht solche hier das ist zum mäuse melken wenn du sagst und du merkst gerne mäuse ne widerlich echt machen wir denn noch so ich krieg den ganze zeit schaden der kriegt auf jeden fall mal schaden ok der ist automatisch tot durch wasser der wurde ich wasser du stirbst durch meine hand konzert kommt schon komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon der muss sonsticked sich hier ein spawner diverst hier ist ein blaze spawner hier ist ein blaze spawner unten geil ja tollTim muss den kaputt machen weil ich einfach nur schon mal voll lecker wo und uns gelett oder was ich brauch so ein lebenskristall der mit dauerhaft leben gibt muss ja machen da sind zwei kristalle muss ja mal oben durch graben ha ha it is bitches so sie hört auf damit hier um zu sprechen wirst du eigentlich in welchen bot die in der curry mit drin ist weg guck ich eigentlich selbst steht ja mal bei bockst mich noch hier runter du hässliche kritis hat mir den eigentlich da mit drauf gesteht steht da mit drauf habe ich schon gesehen ok glaubt sogar das was wir die elf aufgeschrieben hat ich glaube ja irgendwie nicht boah du näherst du näherst, hau doch einfach ab was ist das für ein Fick Dungeon hier ooooh deine mutter, deine mutter boah alter Schwede ich brauch ein fetteres Schwert ich gehe noch drauf ich gehe hier noch drauf das sehe ich hier jetzt habe ich vor augen wie ich noch hier sterben regt doch schneller komm schon bist du gerade mal komplex nope ich gehe gerade hier wie ein spasti weil die einfach unten so viele monster sind ich will den blaze bauen und nicht behalten hier ich will den vielleicht umbauen willst du rast? ja da wollte zensus schon anfangen zu meckern hä? nö ich glaube das liegt dann immer an ich hab nur gefahren ich mach hier nämlich ein wasser ooooh nein jaa fick dich in deine mutter arschloch ohne witz ich brauch spritzen fick mich in den arsch ich brauch spritzen zuck zuck welche davon die hier hallo hier aschfickerei ey nice was gibt es das? was kriege ich da alles von? alles? nice jetzt brauche ich nur ein schwert aschfickerkacke ey warum habe ich einen bogen? genetic bau den du aufgesammelt hast achso so das war die